Und damit hallo und herzlich willkommen direkt bei Persona 3 Reload. Äh, ja. Müssen die Dinge reden. Es ist bloß die Frage, macht Sinn, irgendeinen Monster zu bekämpfen. Wer ist da? Was ist deine aktuelle Location? Versuch sofort. Bist du menschlich? Wo bin ich? Warum bin ich hier? Bitte. Bitte. Antwort mir an. Ist jemand da? Oh, hier sind wirklich Sachen. Scheiße. Ja, alle ist meins und die anderen haben es nicht gesehen. Hahaha. Ich muss es nicht teilen. Oh, scheiße. Lauf! 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 Bitte. Antwort mir! Wem jetzt? Einer muss schon jetzt zurückstecken. Aufverstehungsperle. Hey, hier ist er. Mann, wir waren über dich. Schön, dass es euch gut geht. Ich glaube nicht, dass wir hier in Tartarus wieder zurückkommen sollten. Oh, ja. Hörst du hier eine Musik hören? Ja, ein bisschen wie... Wer ist da? Bist du... Mensch? Das ist es? Das ist die Musik? Oh! das kam von hinter uns? Oh! Oh! Are you Fukuyamagishi? Ja! Wow! Du bist live! Das ist toll! Never fear, die Hörer sind hier! Oh! Oh! Gut zu sehen, du bist okay! Komm mit uns! Vielen Dank! Ich... Keine Sorge, du bist jetzt in Sicherheit! Ja, ich werde gut sein. Entschuldigung, ich bin einfach so verliebt. Sieht so, ich habe dann den richtigen Telefon gemacht. Ich werde sehen, ob ich mit Mitsuru kontaktieren kann. Was ist das, bitte? Eine Sekunde, ich war in der Schule und dann... Es ist ein bisschen langer Geschichte. Wir können es erklären, nachdem wir rauskommen. Mitsuru, kannst du mich hören? Hm... Keine Ahnung. Alles, ich höre ist Static. Oh! Du hast irgendwo gehört? Du hast wahrscheinlich gesehen, die Monster wandern, richtig? Also, es ist etwas gefährliches in hier, dann... Ich habe mich verloren, ohne sie zu finden, so weit zu finden. ... 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 Ich hatte Unrecht damals, weil ja viele rumgemault haben, wegen dem, ähm, ja, das ist nicht so geil wie Persona 3 oder Persona 3 Fest, die PSP-Version, weil halt das Rumlaufen nicht ist und so, dachte mir so, nee, aber dafür geht's ja schneller und du kannst besser die Sachen machen. Aber ich glaube, wenn das Visuelle fehlt, macht's weniger Spaß. Also, gilt natürlich nicht für jeden, das ist bei jedem, mein Geschmack ist ja anders, etc. Aber ich merke halt, wie mir der Tatruss viel weniger ausmacht. Ja, mal geschiehen, Moriam erholen sich gut, sie werden bald aus dem Krankenhaus entlassen. Da bin ich nur aber froh. Das stimmt. Wir müssen ja mal geschiehen ins Wohnheim einladen und erklären, was passiert ist. Mit Fähigkeit denke ich, wir könnten ihre Hilfe gut gebrauchen. Und jetzt ist es für heute vorbei. Ah, die Dingsteht draußen. Jetzt können wir dir was machen. Ah ja, was ist da jetzt los? Dass dieses Mädchen wieder aufgewacht sind, dann hatten sie wohl nicht das Apathy-Syndrom. Siehst du, sag ich doch. Wahrscheinlich einfach nur der Schlafmangel vom langen abhängen. Kann kein Apathy-Syndrom sein. Eher gut, das ist jetzt... Nee. Da vorne steht der Baby. Hallo da. Was vor? Vielleicht zusammen nach Hause gehen? Und... Ja, los. Let's go. Vielen Dank. Das ist schön. Wie wäre es, wenn wir uns ins Café setzen? Oh, ist es nur ich oder ist das Luftwärmung hier zu hoch? Hi. Ich fühle mich ein bisschen leichter. Ähm. Ist der Alkohol in dem Kaffee? Ich habe es nicht gut fühlt. Ich konnte heute nicht mein Essen nicht heute noch nicht. Ich glaube, ich habe vielleicht einen Klo bekommen. Ja, wir kommen im Klo. Ich bin sorry, aber... Do you think we could go to the pharmacy? Ich gehe mal ein Medizin. Ich werde gleich wiederholen. Oh, hey there! You on your way over from school? Huh? W-W-Wat do you want? Wow, you're really cute. From this angle, I can see how gorgeous you are in those classes. Say, you want to maybe sit down in a café and chat a little? Um, I... Hey, come on, don't be scared. I'm not gonna bite. N-No! Please stop! Senpai! Senpai! Hey oder hau up? Hey oder hau up? Uh, hau up? Huh? Who the hell are you? Wait, don't tell me that you're with her. Well, I thought I had a chance, since you look so plain. Oh, thank goodness. I thought you were going to hit him for a second. I wouldn't want you to get into a fight because of me. But just now, you are so, um... You have already saved me, so... I'm not scared anymore, but... Why am I still shaking? Atme tief durch. Ich bin für dich da. Atme tief durch. Ah, nee, wirst du meine Hand nehmen. Was ist das Richtige? Okay, ist doch das Zweite. Handnehmen wäre vielleicht ein bisschen komisch gewesen. Das finde ich für dich da. Das macht mich viel besser. Okay. Danke. Ich denke, ich bin jetzt gut. Naja, ist blöd, wenn man halt so ängstlich ist, ne? Aber kann man halt auch nix dafür. Huh? Warum fühle ich plötzlich eine kurze Wunderschöne? Senpai, ich... Ich denke, ich habe wirklich ein Kold. Ich fühle mich, wie mein Gesicht ist all geflüssig. Ähm, danke dir wieder, dass du mich heute schützen möchtest. Jetzt, bitte entschuldigen Sie mich. Ich gehe zurück zum Wohnheim. Wir sind immer so trocken, rüberkommt so. Okay, ich gehe mal weg. Oh, willkommen zurück. Äh, Gishy ist bei uns, Hanada sein bei uns ins Krankenhaus, um Yamagishi zu besuchen. Hoffentlich geht es ihr besser. Sie futtert das Snacks. Ich muss einmal an Sanada sein bei uns, Yamagishi, sich uns anzuschließen. Das macht mir Sorgen. Ja. Sanada sind bei dem Krankenhaus, um Yamagishi zu sehen. Also, kein Tadros heute. Wir müssen wohl irgendwie anders die Zeit tot schlagen. Ey, jetzt nicht so, als ob ich kaum was zu tun hatte. Äh. Ah ja, was noch sagt die E-Mail? Dampf ablassen, suche dringende Aushilfe. War das hier, Scha? Ah, fuck you. Äh. Nee, das war Intelligenz. Das ist ein Netcafé. Habe ich jetzt beim normalen Kaffee eins bekommen, oder nicht? Ich bin mir nicht mehr sicher. Scheiße. Da war es auf jeden Fall gut. Da ist der Spacko. Ja, die wollen ja eh, dass ich arbeite, oder? all der Suche dringend Aushilfe. Äh, seit dem Schauckalkaufeln anzubebringen. Tatsache ich auch annehmen. Ja, ja komm, spüren wir vor. Stark Gibt's für der Kohle Eins für Charme und eins für Mut Ich verstehe immer noch nicht, warum es manche einzelne Songs gibt Die, wovor YouTube dann In Japan und so gesperrt sind als Monetarisierung Aber in anderen Dingen nicht, Alter Das macht mich körre Ich meine, das ist jetzt so schlimm, aber Ich würde zwar verstehen, wenn alle Lieder irgendwie So gedreht sind, aber doch nicht Zwei oder drei und der Rest nicht Vor allem, die kommen ja eigentlich alle von denselben Dingern normalerweise Es ist nicht so, als ob du für 10 wieder 20 verschiedene Leute anheuerst Ich hab nachgedacht, meinst du, Kircho Senba hat Yamagashi San gerettet, weil das das Richtige war Dass sie eine Personanutzerin ist und wir sie brauchen Das ist ja eine gute Absicht Ja, du hast recht Naja, ich denke, dass letztendlich an der Yamagashi San liegt, ob sie bei uns mitmacht oder nicht Dass ich sie so aushaltend mit mir anspreche Man erfährt später, warum sie so ein bisschen eingenommen ist Oder voreingenommen Ah, nicht der, ey Wie kann man mit dem scheiß Hut rumlaufen? Weil da kann man guter Zeit, ich glaube nicht Wir haben ja noch nicht die ganze Nara-Ära erreicht Okay, dann beenden wir uns mal, los geht's mit den Taika-Reformen Wann im Jahr 645, statt Mehr wirst ihr nicht wissen, weiter im Text Was, worum es da ging? Ah, nichts von Bedeutung Später im Jahr 710 war er noch Heiso Kyo Jetzt sind wir mit der Nara-Ära durch Echt, Alter! Noch mehr wissen? Okay, dann bitte antworte mir folgende Frage Wie heißt sie etwa 4.500 Gedichte Umfassende Anatologie in die Die Nara-Zeit einleitet Keine Lust, mir jemanden herauszupicken Ich frage es euch einfach Es ist das Mann Josu Eigentlich sollten wir auch Die Kokinoakakuffle durchnehmen, aber ist mir egal Wenn ihr wollt, könnt ihr Herr Ikora fragen Mich interessiert nichts davon Ich will über die Senkung-Gutzeit reden, sie bittet mich förmlich darum. Was ist der Hölle, seid ihr für Lehrer? Ihr seid doch nicht ganz sauber. What the fuck? Alle, mal ernsthaft? Mit ihr, mit ihm oder mit ihm? Wir sind mit ihm auf... Warte mal, das kann ich doch hier auch schnell nachschauen. Ich will uns bald näher kommen. Äh, das soll schon die Anzeigen. Vier. Ja, komm, mach mit. Ich will der Stress. Wie viele Mal muss ich es erklären? Ich weiß nicht, wie ich mit einem moron spreche. Warum würde ich mich sogar überraschieren? Der Cigarette butt war in der Mannschaft, nicht wahr? Dann kannst du es prove, dass es eine Frau nicht die Frau gebracht hat und es gab da? Mit dieser Logik, das ist niemals zu Ende. Ich bin fertig. Du bist auf deinem eigenen Weg. Die sind echt schlimm. Er ist doch super Erwachsene. Ich meine nicht, dass ich mich nicht isolieren möchte. Ich bleibe einfach verletzt. Jemand wird immer in irgendeiner Beziehung verletzt. Ich glaube, ich habe lange genug gedreht. Ich entschuldige. Oh, der Kiri wirkt verlegen. Ich verstehe ihn jetzt etwas besser. Es ist kein Punkt, wenn heute ein Gespräch zu haben, wenn niemand anderes hier ist. Los geht's. Los geht's. Willkommen zurück. Hey. Was würde sie alles tun, um unser Ziel zu erreichen? Neues Gesicht im Wohnheim. Oh Mann, ich freue mich so. Vielleicht sollte ich mein Zimmer aufräumen. Was wüssten wir mit deinem Zimmer, Alter? Gerade in... Hä? Erkundetatoros Ebene 42. Welche Ebene sind mir? Und du kannst doch eh nicht in Tatoros. Wie kann das schon 42 sein? Oder warum wir schon auf 42? Kann es sein. Als ob ich das noch wusste. Also mehr Intelligenz, Bruder. Jo. Genieteller. Ja, Mann. Ich hasse mich da... Das heißt, ich hasse mich dafür. Ich hätte... Ich hätte beim PSP Let's Play, wo ich... Ich glaube 42 Folgen oder 47 Folgen, was das waren, wo ich gespielt habe. Hätte ich gewusst, dass man da mehr kriegt, ey. Aber ich habe halt diese Dinger nicht ausprobiert. Ich depp. Oder das wurde geändert. Das kann natürlich auch sein, aber... Was ist los? Mein Drogenhändler? Von Sanada. Äh... Wir haben gespielt heute aus dem Krankenhaus entlassen. Wir alle müssen gemeinsam mit ihr sprechen. Komm in die Kommandozentrale, wenn du ins Wohnheim zurückkommst. Okay. Okay, warte mal. Social Links. Narr. Wer war ein Narr? Okay, das war mir. Er ist auf drei. Fünf, fünf. Leichtathletik ist auf drei. Sie ist auf vier. Sie ist auf drei. Sie ist auf drei. Oh ja. Warte mal. Ist sie? Ah, fuck. selfies. Jetzt ist die Möglichkeit, die wurde erflogen. Ah, komm, komm. Uh, komm. Mach wir mal. Und dann müssen wir eh die anderen... Genau. Wir bringen jetzt nur nach und nach alle auf fünf. Entschuldigung. Ja, heute nach der Schule Zeit. Ich muss mal näher kommen. Okay. Oh, was ein Relief. Nicht zu viele Leute kommen hier in dieser Stunde. Diese Zeit des Tages ist perfekt. Also, ähm... Es war etwas, was ich dich gefragt hätte. Ja. Ich habe wirklich nicht jemand anderes, den ich anrufen kann. Also, ich habe eine Freundin, die ich habe. Ähm, sie ist eine Frau. Und, ähm... Es ist ein Junge, der hat sie viel geholfen. Wie, danken Sie auf ihre Probleme, schauen Sie auf ihre Arbeit, diese Art. Sie hat sogar gesagt, dass, inzwischen, sie kann nicht mehr Gedanken über ihn. Also, ich... Ich habe mich gefragt, ist sie in Liebe gerade? Äh... Sie ist so alle Geschüsse. Ja, sie ist verliebt. Ah, shit. Aber es... wird wahrscheinlich die richtige Antwort sein, oder? Äh... Ja. Nicht- Oh! Und jetzt ... Intro Ich bin sofort und frage mich. restingletzt, ich glaube, er besteht designated sicher. Ich muss leider sein, ich hoffe, ihr na wszystko. Ich habe sicher, das war, mein Freund. Danke. ώ honlich. Ich glaube, ich weiß, wie ich lui vorhenge scripts. Äh... Beide ich... Ich weiß, was meinem Freund zu sagen. Sorry, dass ich dich über so ein weicheres Thema gefragt habe. So have we go? Ich... Ich denke, ich kann es sogar besser machen. Sobald es nichts zu schrecklich ist... Geh... Oh... Deine Hand... So stark... stark... warm... Ah... Es... Es ist fast wie... Wir sind ein Paar... Ich... Entschuldigung! Ich kann nicht glauben, dass ich etwas so unabhängiges gesagt habe! Ähm... 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 Wir sollten gehen? Nö... Es ist intentional... Du bist Fukuyama-Gishiku, oder? Ist das so? Äh... Hih... Nehmen Sie dich, absolut zu bemerksam! Geh an, eine Sitzung! Ich möchte kurz sagen, dass jeder ein guter Job auf die Wahrheit verabschiedet hat. Und eine andere Sache zu sagen. Ich habe gehört, dass alle drei Mädchen regiert die Bewusstsein. Das ist großartig. Von dem ich verstehe, sie alle kamen zur Schule um 20 Uhr und warten, um die Sicherheitsgericht zu verlassen. Dann, als die Schmerzen begann, wurden sie von Schäden nahe der Garten. Weil von der Situation's similarities zu einer alten Ghost-Story, die Rumors natürlich spüren schnell. Ich wusste von Anfang an, dass es nicht ein Ghost war. Es ist all meine Schuld. Was? Wo hast du das? Du warst die Verzüge in all das. Aber alle von diesen Schmerzen begannen, weil ich so lange nicht verabschiedet habe. Das ist total nicht deine Schuld. Ich glaube, dass wir diese Krieg nicht gewonnen haben, wenn du da nicht warst. Du hast unsere Leben schraubt. Das ist nicht etwas, was nur jemanden gemacht hat. Geh da in das. Du hast eine spezielle Macht, die du kannst, um andere zu helfen. Du hast eine spezielle Macht? Wir nennen es Persona. Und jetzt braucht es unsere Gruppe absolut deine Fähigkeiten. Können wir dich aufhören, um uns zu helfen? Du fragst mich, dass ich dich mit dir zu erheben? Das ist richtig. Kiricho-Sanpai. Er zwinge dich nicht. Sanada-Sanpai. Du weißt, dass wir nicht versuchen, dich zu pressen. Also wenn du etwas Zeit brauchen, um es zu denken. Ich werde es machen. Es wäre mir meine Ehre. Was? Du bist sicher? Wenn du joinst, musst du in die Dorm gehen. Das ist gut. Ich würde lieber hier leben, als bei Hause leben. Danke. Danke. Wir wirklich verletzten das. Wir haben die Schule, zu sprechen, um deine Eltern zu lösen. Okay. Danke. Wait a minute. Aren't we dragging her into this a bit fast? Um, it's okay. Really. One other topic I'd like to discuss is those special shadows. We had another encounter this month. While we still don't know where they're coming from, I do believe Sanada-kun is right. They seem to appear alongside the full moon. This, at least, will help us plan for the future. So, the next full moon is showtime, huh? Knowing, when to expect them, is a big advantage for us. Now, on the day of the fight, will we be ready to get in the ring. We have found out, when the special shadows are on, if the geheimnisvolle Junge wanted to say it. We have found out, if you want to see it, will be ready to get in the ring. We have found out, if you want to see it, will be ready to get in the ring. Erfangen, wir gehen in die nächste Phase unseres Kampfs über. Wir können auch nicht untätig bleiben. Wir brauchen ein neues Ass im Ärmel. Ich weiß, im Grunde hat sie selbst entschieden, aber wirkt das nicht so, dass die Yamaki Shisans keine andere Wahl gehabt hat? Mir gefällt das nicht. Ja, aber sie ist halt schon eher... Sie hat sich ja schon selber eigentlich dafür entschieden. Also... Vor allem, sie erscheint ja auch jemand zu sein, der gerne helfen will. Weil ich mehr aufs Charme gehen sollte, ne, oder hab ich den anderen Social Link gekriegt. Ach, scheiß drauf. Ja, aber das ist doch genau dasselbe. Nur für... Ich muss mal nachschauen, ob es da einen Unterschied gibt. Aber eigentlich nicht, du kriegst ja hier zwei. Mehr ist ja das nicht. Vielleicht gibt es noch irgendeinen Bonus, den ich nicht kenne.